An dem heutigen Event haben wir unsere Stabag-Fachhändler aus der ganzen Schweiz eingeladen. Wir präsentieren unsere innovative Stabag Virtual Reality zum ersten Mal. Unsere Produkte werden nicht in einem Onlineshop gekauft. Das heisst, wir sind abhängig von unseren Fachhändlern, dass sie unsere Produkte ausstellt. Aktuell ist es so, dass wir den Fachhändlern auf dem Platz haben, um unser Produkt zu präsentieren. Darum sind wir mit unserer innovativen Lösung Stabag Virtual Reality auf den Markt gekommen und präsentieren das heute den Schweizer Fachhändlern. In unserer Branche ist Virtual Reality etwas Neues. Wir sind die Ersten, die das präsentieren werden. Wir haben jetzt mehrere Monate daran entwickelt, zusammen mit unserer Agentur. Und heute präsentieren wir uns noch unter die finale Lösung. Die Idee von Virtual Reality ist natürlich auch, dass man unsere Produkte anders erleben kann als in den Showräumen. Das heisst, in der Virtual Reality-Lösung kann man die Umgebung wechseln. Man kann die Farbe wechseln, die Gestellfarbe kann man wechseln. Man kann den Schatten, den Sonnenlauf kann man simulieren. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und der Wow-Effekt ist natürlich riesig, wenn man das in anderen Orten erleben kann. Ich werde das sicher bei uns so machen. Ich habe jetzt gesehen, wie das funktioniert und ich finde es wirklich super. Wie gesagt, wir haben sehr viele Kugeln auf die grossen Sachen, wo es dann gleich zu viel Geld ist, dass man das so kauft, ohne dass man es wirklich sehen kann. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Es ist wirklich spannend. Ja, man ist wirklich in einer anderen Welt. Ich denke, man kann die Kunden und die Leute mit diesem Boxer beeindrucken. Und ich sehe das als grosses Potenzial.